Jo moin Leute, herzlich willkommen zur Zwischenrunde mit den Predictions der UEFA Europa League Saison 20, 22, 23 mit den Predictions. Rückspielteile 2 von 2. Los geht's, alle Spiele live bei RTL Plus, 1 bei RTL. Und 1, nicht bei RTL Plus. Los geht's heute um 21 Uhr live bei RTL Plus und bei RTL im Free TV. 1. FC Union Berlin gegen Ajax am Stadam. Das Ganze geht 3 zu 1 aus für die Küpnicker. Herzlichen Glückwunsch. Dann AS Rom schlägt FC Red Bull Salzburg 4 zu 2. Manchester United schlägt FC Barcelona 3 zu 2. Dann Start Rennen und live auf Sky Sport Austria. Start Rennen unterlegt Shakhtar Donetsk mit 1 zu 2. So, das passt von der UEFA Europa League Zwischenrunde mit den Rückspielpredictions. So, wenn auch das Video von 2 gefallen hat, lasst ein Dörbchen nach unten. Vergiss kein Abbruch. Dann nimmst das Glöckchen. Das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann. Gut geht's.